man gab mir einen körper wer sagt mir wozu er ist nur mein nur er die stille freude atmen dürfen leben wem sei der dank dafür gegeben ich soll der gärtner soll die blume sein im kerker welt da bin ich nicht allein das glas der ewigkeit behaucht mein atem meine wärme drauf die zeichnung auf dem glas die schrift du liest sie nicht erkennst sie nicht die trübung mag sie bald vergehen es bleibt die zarte zeichnung stehen man gab mir einen körper wer sagt mir wozu er ist nur mein nur er ist das so zu verstehen daß die seele spricht die es demnach ohne körper bereits gab wohl kaum es ist das ich das spricht und der erhalt des körpers ist wohl allgemeiner zu verstehen man gab mir eine existenz die stille freude atmen dürfen leben wem sei der dank dafür gegeben diese dankbarkeit des 18 jährigen nicht das für das rätselleben erschüttert wenn man weiß welches leben und vor allem welches sterben auf mandelstamm im stalinistischen russland zukam ich soll der gärtner soll die blume sein man ist derjenige der mit genuß auf seine welt einwirkt und derjenige auf den die welt selbst einwirkt man gibt und empfängt im kerker welt da bin ich nicht allein ein missklang warum kerker immerhin ist die welt auch eine begrenzung und man wurde auch nicht gefragt ob man dahin will so gesehen ist man gewissermaßen verhaftet und verurteilt in dieser welt zu leben aber man ist ja nicht allein wenn es was zu leiden gibt man leidet nicht alleine oder man erfreut sich sogar der gemeinschaft glas ist auf eine gewisse weise unsichtbar andererseits besonders starr und unbeweglich wir müssen uns jedenfalls ein glas der ewigkeit als äußerst bruchsicher vorstellen die zeichnung auf dem glas die schrift du liest sie nicht erkennst sie nicht die letzte strophe wird zeigen dass eine zeichnung gemeint ist wie man sie mit dem finger in beschlagenes glas zieht zelans übertragung verschleiert ein wenig daß es vor allem darum geht daß die zeichnung niemals für jemand anderen verständlich sein kann die trübung mag sie bald vergehen es bleibt die zarte zeichnung stehen mit den letzten drei strofen kamen geradezu rilkische gedankengänge auf man vergeht vielleicht genauso wie der atemhauch von dem glas beschlägt aber irgend etwas bleibt für immer eine art information darüber daß man mal war oder mit rilkes worten aber dieses einmal gewesen zu sein wenn auch nur einmal irdisch gewesen zu sein scheint nicht widerrufbar manch seltsame freiheit in zelans übertragung mag befremden aber sie schenkt uns ein wahrhaft wuchtiges gedicht das dieser beeindruckenden visitenkarte mit der der 18 jährige mandelstamm als dichter in die welt tritt ein ebenbürtiges gegenüber ist als ich vor mehr als 20 jahren beim ersten aufschlagen des sammelbandes hufeisenfinder darauf stieß blieb ich an ort und stelle stehen bis ich das gedicht auswendig konnte die mich hier vor der die rilke gespiegelt wird dritt ist dritt 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 Vielen Dank.